Oh mein Gott, meine Freunde, ich muss heute alles kaufen, was ein kleiner Junge zeichnen kann. Ja! Oh mein Gott, Digga, ich muss jetzt Brawl Stars machen. Leontien, ich hab 2000 Jams aufgeladen. Ja. Zig Brawler gezogen und alle legendären gekauft. Ey, du nimmst dich komplett hops jetzt. Ja. Oh mein Gott. Ey, ich bin so traurig, mein Brawl Stars Account ist jetzt weg. Ey, meine Damen und Herren, willkommen bei einem neuen Video hier auf meinem Kanal. Ja, Freunde, heute haben wir Special Guests dabei, und zwar den Leontien. Moin, moin. Was geht, Leute? Was geht? Heute wird's richtig nice, Leontien. Denn heute muss ich alles kaufen, was du in Brawl Stars zeichnen kannst. So, Leute, bevor ich jetzt erstmal malen darf, am 23.03. kommt einfach mein eigener Merch raus. Mit handsignierten Autogrammkarten und einem Turnbottel, wo ihr jetzt eingebundenet seht. Auf leontien.shop, Leute, checkt den gerne ab, stark limitiert. Und ja, Leontien, dann würde ich sagen, jetzt starten wir mal durch mit dem ersten Malen, ne? Ich nehm dich jetzt erstmal richtig hops. Oh mein Gott, ja, okay, let's go, dann lass mal direkt malen. Du kannst jetzt schon mal anfangen und mir gleich sagen, was ich als erstes erstmal zeichnen soll, ne? Let's go. So, du hast jetzt hier das Werkzeug. Welche Farbe würdest du erstmal nehmen? Grün. Okay, hä? Was ist das denn? Okay, ich hab das jetzt angemalt, okay? Ja, was soll das jetzt sein? Hä? Digga, ich verstehe auch nie, was sein soll. Zwei. Ja. Null. Oh mein Gott. Hä? Was macht der da? Null. Digga. G. Hä, was? Bo? 2000 Jams? Warte, ich bin noch nicht fertig. 2000 Jams soll das heißen. Ja, 2000 Jams. Bro, du hast eine Schrift, also schreibt mal in die Kommentare, Leute, ob ihr das lesen könnt. Ey, Bro, direkt am Start 2000 Jams aufladen, oh mein Gott. Digga, auf dem PC ist es schwer zu schreiben. Bro, okay, ich leite erstmal 2000 Jams drauf, ob das rausgeht. So, let's go. Let's go. Digga, Leute, 2000 Jams und drauf. Ey, ich hab ohne CC gemacht wegen dir. Ich hab nicht noch einen Creator-Code angegeben. Ja. Okay, ich hab ja eh keiner. Bro, jetzt haben wir erstmal 2000 aufgeladen. Was muss ich denn jetzt machen? Oh mein Gott. Ich würde sagen, ich mal das jetzt. So, Leontine. Okay, Alter. 2000 Jams hab ich aufgeladen. Also jetzt, das wird echt schwer. Oh mein Gott, das waren 120 Euro. Hä? Shop? Ja. Das ist der ganze Shop-Icon, ne? Ja. Alle? Ja. Skins? Ihr seht's gerade, ich muss alle Skins kaufen, steht hier. Junge, Junge, Junge. Boah. Aber alles aus dem Shop. Ich muss jetzt alle. So, Leute, ich muss jetzt alle Skins aus dem Shop kaufen. Bro. Mal das da. Ja, ich kauf den schon. Digga, so unnötig. Guckt euch's mal an. Jetzt holt euch die Karl-Skin, die kein Mensch braucht. Und jetzt den da. Oh, Alter, der Pipa-Skin ist ja richtig geil. Ist das Piper? Ja. Oh mein Gott. Let's go. So. LOL, Pipa! Okay, das müssen wir auch kaufen. Ja, auch kaufen. Ey, musst du die auch noch alle kaufen? Digga, Junge, ich hab' jetzt schon sechs oder sieben Skins gekauft. Bro, das ist viel zu teuer. Ne. Nein, ich hab' den auch gekauft. Oh mein Gott, der Crow-Skin, der sieht auch richtig geil aus. Den hab' ich sogar. Ey, Leute, schreibt mir in die Kommentare, wie ihr den findet. Ich kauf' den auch noch. Oh mein Gott, Junge, was, Crow? So, den haben wir auch. Oh, Pipa! Bro, da kommt mal eine neue dazu. So, komm' ich den jetzt auch noch. Junge, es wird so teuer hier. Ich kauf' einfach alle Skins. Bro, das kannst du dir nicht ausmalen. Alter. Und es gibt über 500. Ey, Leute, es kommen immer neue Skins in den Shop. Wie viel soll ich den jetzt auch kaufen? Guck' das mal an, ich hab' gar nicht mal auf. Junge, es kommt der nächste zu. Der Big-Skin auch noch. Ey, Leute, ich hab' jetzt hier, keine Ahnung, schon bald zehn Skins gekauft. Es wird gar nicht mehr weniger. Digga, der nächste Skin ist drin, Peter. Junge, wie teuer das einfach die ganze Zeit ist. Ey, den und Tim, wie viele Skins muss ich den noch kaufen? Ey, weißt du was? Das reicht jetzt. Echt jetzt? Ja, spars' nur einen, kaufst du noch. Mann, Digga. Okay, mach' ich. Ist gekauft. Bro, ich hab'... Alter, man kann einfach alle Skins auf einmal kaufen, sag' ich euch. Sven, die hat immer mehr. Schon wieder einer drin. Junge, Junge, Junge. Zeig' mal deinen ganzen Brawler, bevor wir jetzt erst mal weitermachen. Ja, okay. Ich hab' 65. Alter. Oh, da muss ich jetzt aber noch gleich was machen. Du meinst, du musst mal ein Brawler kaufen, oder was? Wirst du gleich sehen. Oh, Mann. So, Leute, ich werd' jetzt erstmal Marvin richtig hops nehmen. Ey, bitte nicht, Leontien. Was ist das denn jetzt? Mein Viereck. Erstmal alles anmalen. Hey, was machst du jetzt? So, 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 so. Digga, was ist das denn? Ups, noch nicht genug gelb. Hä, was malst du da? Ähm, das wirst du gleich sehen. Lol, was soll das denn sein? Digga, Leontien, was malst du? Digga, oh mein Gott. So, so. Junge, ich hab' echt, Bro, ich hab' echt ein bisschen Angst jetzt gerade. Lol, was soll denn dieses? Ey, Leute, schreibt mir in die Kommentare, wisst ihr, was dieses gelbe Feld sein soll? So, hä, ah? Alle? Legendäre? Was soll legendär sein? Oh, Leontien, ey, bitte nicht, ey. Komm, du machst mich komplett arm. Brawler? Alter, wie kannst du eigentlich schreiben? Kaufen. Was? Alle legendäre Brawler kaufen. Nee, niemals. Doch, alle legendäre Brawler kaufen. Lol, das soll jetzt... Digga, oh mein Gott, Leute, ich muss alle legendären Brawler kaufen. Alter, oh mein Gott. Ey, was hast du da nicht gemalt? Oh, Junge, das wird so teuer jetzt, ey, Bro. Okay, Leute, wir gehen jetzt erstmal rein spielen. Ich hoffe, es wird jetzt nicht teuer, ich mal gucken, wie viele mir noch fehlen. So, wir schauen mal. Okay, ich hab schon einige... Oh, Gott sei Dank zwei Stück. So, ich kaufe erstmal den ersten. Digga, ein Kid, ich hab den noch nicht mal. Ich hab den noch nie in meinem Leben gespielt. Ist der gut? Ja. Ey, schreib's in die Kommentare, ob der gut ist. Ich werd den jetzt kaufen. Let's go, Leute. Kid ist gekauft. Alter. Alter, neun von zehn, Brawler. Oh mein Gott. Ich nehm Larry und Larry. Kriegst du jetzt auch noch? Nein, den kriegst du nicht. Den musst du für Credits beischreiben. Wie viele Credits hab ich? Null. Doch, 3000. Nein. Wieso steht doch da? Digga, Bling. Was machen wir mit Bling? Da kaufst du Skins oder so. So, let's go. Und hier ist er, Leute. Ey, dann musst du jetzt alle einen Daumen nach oben da lassen. Kostlos Abo, wenn ihr weiteres mehr Brawlers bringe. Warum hast du denn keinen Kodemius? Bro, ey, mir fehlen aber noch so zehn Brawler. Digga, ich hab noch 75 Gems. Du hast mich so hops genommen. 95. 95. Leonti, lass mich so hops genommen. Guck dir das mal an, Digga. Alter. Oh mein Gott. Okay, dann kannst du jetzt noch mal malen, ne? So, Leonti, jetzt mal mal. Was kommt jetzt? Oh Mann, ich hab keinen Bock mehr. Doch, du hast Bock. Nein. Ist das ein Stern? Ja. Oh mein Gott. Leute, der nimmt mich komplett hops. Oh, ich glaub, ich muss da oder irgendwie so öffnen. Bro, ich hab gar keinen Bock. Gar nicht. Ey, Leonti, komm, bitte. Kannst du mich ein bisschen verschonen? Was ist das? Ja, Bro. Ey, Leute, der macht mich echt komplett erarm. Ey, ich hab alle legendären Brawler gekauft. Ja. Alle Skins da zehn Stück gekauft. Ich hab echt keine Lust mehr. Wir haben 2000 Gems aufgeladen. Ist jetzt auch egal. Ja, Bro. Bitte. Oh mein Gott, wie muss ich jetzt holen? Digga, bitte nicht so, ey. So, zwei. Was? 200 Startups soll ich öffnen? Wie? Nicht nur 200 Startups. Was denn? 200 legendäre Startups. Nee. Doch. Ey, Bro. Ey, wir gehen erst mal rein. Also, Digga, ich mach ja viel, ne? Aber wie soll ich 200 legendäre Startups öffnen? Bro, wie viele Nachrichten hab ich eigentlich im Postfach? Huch. Oh mein Gott. Leute, kannst du die mal einfordern? Spende? LOL. So, Leute, ich öffne jetzt erst mal die Startups. Ich hol erst mal das ganze Geld hier ab. Nein. Jetzt schnell an die Startups. Ja, warte. Stimmt, stimmt. Okay, let's go. Erster wird geöffnet. Oh, episch. Oh. Nächster epischer. Komm, gönn bitte. Gönn, Supercell. Bitte, gönn mir doch mal. Ey, komm. Gönn doch einfach nur. Gönn. Und das war ja die letzte Sache. Und wenn du nicht 200 öffnest, dann darf ich noch mal machen. Gönn. Ach man, ich will nicht mehr. Doch. Gönn. Oh, ich muss kurz ein paar Stufen kaufen. Hoffentlich hab ich bereit. Bitte. Bleib stehen. Oh ja. Ja, ich kann recht. Ich kauf die auch noch. Da hab ich einen Pass mehr. Okay, wir öffnen den nächsten. Bitte jetzt gönn. Einfach nur gönn. Bitte. Wenn du jetzt nicht mindestens ein Broader ziehst, musst du noch mal eröffnen. Gönn. Okay. Mann. Let's go. Bitte gönn. So. Gönn doch. Mann, Leute. Ey, komm. Bitte. Gönn Supercell. Ganz schnell. Komm. Leute, ey. Warte mal, hab ich noch Gems? Nee. Ich glaub noch eine Stufe. Aber es bringt nichts. Warte, ich hab im Shop. Oh, lol. Ich hab hier im Shop noch zwei. Hab ich hier vielleicht auch noch welche? Nein. Drei. Ach, lol. Oh, mein Gott. Gönn bitte. Ja. Ja. Ey, ich muss jetzt noch ein Startup ziehen. Bitte. Leotin, bitte. Komm. Ja. Erster. Okay. Zweiter, bitte gönn. Komm. Irgendwann, letzte, letzte, gönn. Ja. Du musst jetzt wieder einen Haufen. Mann, ey. Digga, ich zieh einfach nichts. Die krieg ich auch keinen mehr. Ey, ja, okay. Darfst du noch mal malen. Oh, Mann, ey. Ich hab gar keinen Bock, Leotin. So. Ey, bitte. Verschon mich doch mal ein bisschen. Bro. Was soll ich denn jetzt noch machen? So. Hä, was soll das denn jetzt sein? So, so, so. Hä, was machst du da? Für das Malen gebe ich mir jetzt richtig Mühe. Ich werde dich richtig auseinandernehmen. Ey, komm, bitte nicht. Doch, doch. So mal, wenn ich mich jetzt richtig schaubst. Du bist zehn. Hä, was soll das sein? Warte mal. Lol. So, so, so. Lol. Was meinst du da? Ist das Broils das Logo oder was? Hä? Rot. Bro. Was für rot? Stark. Hallo. Nein. Was soll... Was machst du da? Was soll ich denn da machen? Was ist das? Broils das? Aber, ey, Leotin, das ist doch gar nicht richtig das Logo. Ja, okay, dann mache ich noch ein bisschen weiter. Oh mein Gott. Bro, bitte nicht. So, Leute, wir sehen uns gleich wieder, wenn ich zu Ende gemalt habe. Digga, Leotin, du malst seit zehn Minuten. Ey, Bro, ich kann jetzt nicht Broils das löschen. Bitte. Ey, oh mein Gott, Digga, ich muss jetzt Broils das löschen. Leotin, ich habe 2000 Jams aufgeladen. Ja. Zig Broiler gezogen und alle legendären gekauft. Ey, du nimmst mich komplett hops jetzt. So, so. Bro, oh mein Gott. Ja, okay, last reich, Digga, Junge. Ey, du hast mich komplett hops genommen. So. Dann würde ich sagen, ich gehe jetzt auf mein Broils das Account und lösche dir den jetzt. So. Ey, du hast mich komplett auseinander genommen. Junge, ich werde den gar nicht mehr spielen können wegen dir. So, hier, abmelden, Leute. Let's go, ihr seht's jetzt. Dann auf Dings. Hier, so, Leute, ich lösche jetzt mein Broils das. Du bist dabei, gespeicherte Anmeldeinformationen zu entfernen, fortfahren. Ja. Oh mein Gott. Ey, ich bin so traurig, mein Broils das Account ist jetzt weg. Loser. Ey, du hast mich komplett auseinandergenommen. Leute. Ey, ich würde sagen, das war's mit diesem Video. Lasst einen fetten Daumen nach oben da. Kostenloses Abo, Leute. Checkt Leontine ab. Gönnt euch sein Merch. 23.03. Um 14 Uhr auf leontine.shop. Ciao, ciao. Ciao, ciao.